ja leute jetzt für euch im test das chili spinners raketensortiment familien sortiment gekauft hatte ich das bei center shop kostet 4 euro 44 und ist ein richtiger spaßbringer hatte ich bis jetzt noch nicht getestet deswegen jetzt exklusiv für euch im test also bestehen tut dieses moment aus b-böllern d-böller von leslie china cracker ja hier knallerbsen die lassen wir gleich weg schöne fontänen und auch ein paar raketen wie ihr sehen könnt und auch hier dieses römische licht fangen wir mal an mit dem römischen licht weiter geht es mit diesen beiden fontänen hier so so machen wir gleich weiter mit der nächsten fontäne so jetzt kommen wir schon zu den böllern wir haben wir china knaller dann a-böller b-böller und die d-böller wir fangen mit den china knallern an machen wir einen einfach mal ein paar und mal noch ein so leute jetzt gibt es die a-böller von leslie so 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 jetzt kommen wir jetzt schon zu den letzten böllern das sind die die china knaller d so 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 4 euro 44 ist wirklich ein richtig tolles raketensortiment vor allem ja für den preis bekommt man einfach ein tolles sortiment vor allem auch gute raketen so